Mit der Shara Easy Model Upload Variante bietet euch Shara eine kostenfreie Software, die ihr auf eurem Rechner installieren könnt. Mit der Software habt ihr die Möglichkeit, Intraoral Scans an die Shara zu senden und die übernehmen für euch das Design des Modells und senden euch dann das fertige Modell per Post zu. Ich würde euch jetzt gerne in Verbindung mit OLAP zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe hier schon einen Auftrag vorbereitet, der ist zum Beispiel über unser Zusatzmodul Old Doc in der Zahnarztpraxis generiert worden. Die haben direkt die Intraoral Scans eingeladen und verschlüsselt ins Labor gesendet. Es gibt aber auch noch andere Varianten, wie so ein Auftrag ins System kommt. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen Auftrag, wo zwei Intraoral Scans drin sind. Und dann gehe ich hier oben auf den Button Inhouse Fertigung und habe jetzt die Möglichkeit, diese beiden Scans mit einem Klick an die Software weiterzugeben. Wenn die Software startet, habt ihr gleich die ganzen Auftragsinformationen in der Auftragsmaske ausgefüllt. Ihr seht also schon den Patienten, Zahnarzt, Techniker, solltet ihr irgendwelche Präferenzen haben für das Modellmaterial oder das Stumpfmaterial, könnt ihr das schon bei OLAP hinterlegen, sodass ihr hier wirklich keine Zeit irgendwie vergeudet und Sachen irgendwie mehrfach eingeben müsst oder immer wieder eingeben müsst. Das könnt ihr alles schon vorbereiten. Jetzt habt ihr, wenn ihr möchtet, noch die Kontrollfunktionen. Ihr hättet auch hier nochmal die Möglichkeit, die Scans zu betrachten, damit ihr wirklich nochmal kontrollieren könnt, was geht jetzt eigentlich raus. Aber im Prinzip müsst ihr nichts machen, außer hier oben rechts auf Auftrag abschicken klicken. Und damit, wenn es dann mal schnell gehen muss, ist die Beauftragung in wenigen Sekunden erfolgt und ihr erhaltet dann das Päckchen mit den fertigen Modellen.